ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben den ersetzt und Sepp hat noch mal kurz dafür gekämpft, aber haben wir drauf geschissen Ey, ich mach dich weg, ich mach dich weg Neue Map, also wenn du schmachst Christian kann uns mitspielen, weil er Blizzard besucht Ja, der arme Sau, echt mal wirklich Christian ist wirklich der arme Sau, ey, der darf bei Blizzard im Hauptquartier Overwatch anzocken, ey, fuck, ey Echt? Ich würde lieber hier mit euch TTT spielen Er ist von Minecraft Aber wer nicht mit dir ist, ja Das ist okay Wir sind ja schon Abgang gemacht Achso, wir sind ja noch gar nicht, wir spielen ja noch gar nicht hier auf Klappe halten Inno Ich bin inno Hey, 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 hey Keine Nachdengruppen kuscheln Das ist echt gar nicht so ultra cool, ich wollte eigentlich jeden wegmachen, wenn ich reinkomme Ja, ich möchte auch noch mal anmerken, dass ich echt gut bin in Simspielen Ja, du bist ja jetzt eingespielt, wir sind ja schon anderthalb Stunden dran Ja Man sieht auch, wie ich hier, wie flüssig ich hier durch die Map gehe Das ist schön Was ist denn da gerade passiert? Oh nein! Oh! Alter, Lena! Wow! Alter, Lena! Das war direkt Nordkorea! Die Map ist auf jeden Fall ganz... Alter, da wird noch einer weggemacht Da wird noch einer weggemacht Ja Hand of Blood was innocent Hand of Blood ist tot Hand of Blood ist tot Hört sich stark nach Peter an Ich sehe Blutspuren im Turm, aber ich sehe keine Leiche Nein, ich bin nicht Nein, ich bin nicht Ich bin Peter Das sind, glaube ich, die Einstigen oder was Na, guck mal, da liegt der Handy Seben nur noch Bram, Sepp und ich Ach, Bram ist auch noch da Quatsch Aber ihr lauft zusammen rum Das ist... Ihr Schweine! Ey, ich musste dich vergiften, ja? Ne, ne Oh Mann, ey Oh Mann Nordkorea! Alter, Alter, hast du zwei Leute da? Ja! Da war übel die Explosion, Alter! Da denkt so Insta an Nordkorea Direkt Ja Weil Nordkorea ständig so Explosionen hat Die hätten gerne solche Die hätten gerne, ja, das stimmt Aber hier so ein Drehbogen wäre doch schön Obital Friendship Beam Habt ihr eigentlich, habt ihr eigentlich das Interview gesehen? Welches? Ne, ich hab viel von gehört, aber selber geguckt noch nicht Also ich fand den sehr, sehr lustig Spoiler mal nicht Ich will den auch noch sehen Ja, ich sah Unstirb Oh Gott Dumbledore stirbt Ja auch Wat? Dumbledore stirbt am Anfang Wie mach ich Türen auf? Lohnt sich aber auf dem Fall Das ist uncool hier Mit E Ja, aber Sackgarten Funktioniert nicht Oh, oh Was ist denn hier? Hier ist aber ganz schön übel hier Hier ist aber ganz schön übel Voll krass Stehen wir jetzt hier oben mit vier Mann drin? Ja Ne, ne, muss nicht Ah doch, es geht Machst einen Laserbeam sind wir weg? Ja Muss nicht sein Ja Bram, jetzt komm, ey Kann man durch Fenster schießen? Bram, Bram, Bram Bram Komm drauf an Musst du mal gucken Versuch die mal kaputt zu machen Ah Die kann man auch noch raus Einfach für meine Zuschauer noch Alles ist für deine Zuschauer Ja, ja Ich bin ja, äh Echt? Ich dachte du nimmst für deine Mama auf Das auch Ey Hat da jemand grad auf mich geschossen? Du hast auf mich zu schießen Aber ich weiß nicht Wer war's denn? Auch grad das Gefühl hat das neben mir aufgesaucht Also das war direkt bei mir Beim Leuchtturm Oh, Bram, Alla Du Laos Du hast doch selber geschossen Klasse Ja, natürlich Ich hab geschossen Du hast da Quinsack kaputt gemacht oben Was ist das denn? Ja, weil ich gucken wollte ob das geht Hab ich doch am Anfang gesagt Hörst du nicht zu? Achso Alter, der Junge rennt mir hinterher Warte mal, ich hab zu wenig Munition Alter, heute Das ist nagerlich Ja, jetzt rennt noch mit beiden Mit zwei Minuten Alter, ich auch von mir ran Der Bram, ey 100 Pro, der Bram, Alla Das sind die Mindgames Wenn er denkt, er hat's raus, Alla Dann der denkt, er hat's raus, Alla Guck mal hier, wir haben schon wieder Wow, mein Gott, Korea Wo ist denn das Ding hochgegangen? Achso Bei, bei Peter, glaub ich Ich glaub, Peter ist Bei uns Bei Peter ist er tatsächlich hochgegangen Aber ich mag man das Ich will auch das mal machen Ja, ich glaub du bist das Wenn du Tretor bist Dann kannst du das Klar aber doch nicht Hadi sagt, wo ist das hochgegangen Steht daneben Ja, Hadi is it Das hörte sich auch so scheinheilig an Ich hab das aber halt Da war halt überall Raum Ich hab das nicht gesehen Alter, ich komm hier kaum die Scheiße Das läuft so Ich glaub, hier ist aber keiner gestorben Also Ich glaub auch Aber die Map ist echt geil Alle leben noch, ne? Ey, ich sag euch, das ist der Bram, Alla Guck mal jetzt Ja, ja, der Hadi war Ist das immer so schön auf den anderen lenken? Ja, ja Du Genau das glaub ich nämlich auch Für meine Theorie würde ich doch echt übel auf mich Guter Punkt Könnte man auch so sehen, oder? Ey, übel dem Mai Alter, hier, siehste Nee, Jay Ich dachte, das wäre der Bram, Alla Siehste, wieder der Bram, Alla Siehste, wieder der Bram Du bist doch nicht fixiert Wieder der Bram Da ist einer gestorben Was? Wer ist gestorben? Siehste? Das hab ich gehört Da ist ne Melon Launcher Hat jemand benutzt Ja, stimmt Das war Jay Jay war da Was? Lade kein Mann, ich hab die AUG noch Ihr habt doch selber gesagt, dass ihr mal gestorben seid Ihr legt schon wieder mehr Feuer, Alter Ist gefährlich, Leute Da hat aber auf jeden Fall jemand ne Insta Ich weiß noch nicht, wo das Ding hin ist Da ist doch keiner gestorben Peter? Nee, ich lebe doch nicht Ich glaube, alle leben noch Der Peter, der Fieser hat auch so richtig unscheinbar Okay, dann schieb ich Paras Hadi, 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 Hadi Wieso kann ich denn nicht weiterlaufen? Hadi, geh weg Hadi Boah, du mieser Max, du mieser Spaß Ja, genau Nein, ich bin runtergefallen Was macht ihr denn? Peter, 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 Peter Nice Nice Der Traitor-Kollege hat sich selbst in den Tod gestürzt Ich bin einfach runtergefallen, der war fast tot, der Junge Ich glaube, der war einfach von der Map, ey Kann man mal machen, würde ich sagen Ja, ist unauffällig Sie kriegt halt auch keiner Punkte, ne, für dich Ey, ich hab das Gefühl, dass dieser Beam stärker mal war, ey Ne, du musst ihn halt schon Meinst du das genau Du musst ihn schon treffen, Peter Ich hab, ich hab, also Hadi stand schon sehr nah daneben Ja, du musst ihn treffen, Peter Ja, hab ich Ne, du hast gesagt, der stand nah daneben Das wär er ja gestorben, ne? Das wär er gestorben, ja Warum sind eigentlich hier in Gary's Mod immer so viele Minecraft Sachen? Weil Minecraft cool ist Weil Minecraft cool ist Ah, okay Warum sind der keine Das wusstest du halt noch nicht, ne? Ne, stimmt Ich kenn nur Minecraft Claro und Varro Also wenn ich du wäre, Max, dann würde ich jetzt hier gleich runterspringen Ey, das könnte man hier echt gut machen, glaub ich Schön in Gary's Mod Oh, was ist hier alle? Hm, das ist ja interessant Oh, Hadi war mein Traitor Ui Ne, ich bin kein Was war das? Da Alle, ihr geht schon wieder ab Da geht's schon direkt ab Da ist jemand gestorben Irgendwer ist gestorben Das hab ich auch gehört Das hab ich auch gehört Hadi? Okay, Hadi ist tot Ist das hier bei dir passiert? Peter, Peter, nein Peter, 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 Peter Ist das hier? Seid ihr oben? Ich bin im Tor Was ist bei uns passiert? Leute, hier war aber Wer war das? Wer hat den direkt weggelatzt? Braum, warst du das? Ich war ja nix Was war ich denn? Wo ist er denn? Was war ich denn? Ich steh noch hier oben, ja? Braum war das Braum war das Braum war das Was laverst du? Du hast die Leiche nicht mal gefunden Beweise, Beweise Oh, Nordkorea Nicht auf mich schie... Was? Er ist tot Alter, ich werde beschossen Ja, da kriegst du es, Junge, ins Gesicht Alter, da kriegst du es direkt auf die Fresse Aber das instant eskaliert jeder Ja, der fette Blutfleck da, Peter, hätte auch schlecht gestrichen sein können Und du standst so einfach daneben Ich mach nix Ey, ich mach nix Ich mach nix Ich musste Hardy wegrotzen, nachdem er geschrien hat Was machst du da? Wo ich grad im Traitor-Menü quasi rumgeguckt hab Weißt du? Ja, wow Und dann sagst du Braum, was machst du da? BAM! Du hattest mir deinen Namen gesagt? Oh shit Ja, und dann musste ich Hardys Leiche entsorgen Und hab die halt ins Wasser geschmissen Aber das hast du leider gesehen Ah! Toll, jetzt hab ich schon Schaden Ja, dann kriegst du gleich wieder volles Leben Okay, weiß ich War nur für die Zuschauer einfach nochmal demonstrieren Hahahaha So Da ist er, der hält auch glatt Der wird jetzt erstmal weggemacht Kann man die Trecken am Start? Nee, kann man glaube ich nicht Wär ich? Ja, richtig Ja, richtig Ja klar Ist das random? Ja, Hardy, 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 Hardy Ja, was denn? MAX, MAX, MAX Was willst du denn? Ich schieße doch gar nicht, Junge Hast du Hallus? Soll ich hier noch Kurierbombe zünden, Junge? Ja, zünd mal Wie geht'n das? Alter, hier ist Eisen Wenn du Traitor bist geht das nur Hardy, willst du Eisen abbauen? Wieso? Guck mal, hier ist auch Kohle Ui, hier ist der Sniper, der Sniper nehm ich Der J, der verjetzt sich auffällig Peter und Hardy sind in einem Raum Ja, Hardy würd sich da glaub ich verstecken Nein, ich möchte die Kohle und die Eisen Alter! Wow! Könnt ihr euch eben die gleiche Scheiße benutzen? Peter wird glaub ich gemacht, Hardy, ne? Ja, das kann sein Wir standen beide direkt daneben Na, Bram, was zu dat? Brammen, 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 Brammen Brammen, 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 Brammen Brammen, 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 Brammen Nee, der schießt Wow! Alter, Alter, was geht denn hier ab? Loll! Alter, ich brenne! Ja, warum springst du denn in mein rein? Nee, ich bin woanders durch Hardy ist Traitor und Brammen Wieso ich denn? Ja, weil du gesagt hast, ich brenne und Brammen Was springst du denn da rein? Ja stimmt, das macht mich auf jeden Fall sofort zum Traitor Definitiv Bist du ja auch Bin ich überhaupt nicht Klar, Jay sitzt im Leuchtturm und versucht schlecht zu schießen So, den hab ich Nice Alter Wieso, wo war der denn? Oh shit Na Mist! Ey, da lebt ja noch einer Wer lebt denn da noch? Wer lebt denn da noch? Ja Mist Wer lebt denn da noch? Weiß ich nicht Alter Achso, Jay lebt noch Peter? Peter hat mal's Maul, ja? Geht so nicht Kann mich so nicht konzentrieren Lala 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 Ruhe jetzt! Ey, hier ist ein Pädoyer Adi, wo bin ich? Ja, das versuche ich gerade herauszufinden Entschuldigung Wo bin ich? Das Problem ist aber auch, dass ich keine Ahnung habe, wo du bist Das ist das Schöne Hast du noch Zeit, Adi? Hast du kein Radar mehr? Nein, da hast du kein Geld mehr für ein Radar Da wirst du mich nicht kriegen, wenn du kein Radar hast, dann komme ich raus Das ist ja sonst Also noch öder als du mich so schüttet, aber ich arbeite nur noch für Flemo, bin direkt tot Warst du in irgendeiner Höhle? Bist du in irgendeiner Höhle? Das sage ich dir nicht Hm Versuch mich wenigstens jetzt ein bisschen zu sneaky zu verhalten Also ich weiß auf jeden Fall, dass es hier eine Höhle gibt Ich weiß allerdings nicht mehr, wie man da reinkommt Das ist das Problem Ja, aber die Höhle kennst du noch nicht Nein Wunde würde ich auch gewinnen, wenn ich jetzt da chillen würde, aber das ist ja öde Aber ein bisschen Du musst dich schon ein bisschen bewegen, wenn du mich killen willst Ja, tue ich doch! Ich suche die ganze Zeit, wo hier ein Eingang sein könnte Welchen Scheiß tust du? Doch überhaupt nicht Kann doch nicht sein, wo ist denn? Nein! Wieso schießt das Ding denn nicht? Ich habe das Ding doch noch gar nicht abgefeuert Ich habe einen leeren Melon Launcher gekriegt Das ist ja ärgerlich Am Arsch Du bist übrigens Overtime, ne? Ja, ja Nein! Ich habe meine Höhle gewohnt Alter Scheiße Ey, du Pussy, ey Ja, was ey, Mann? Ich habe fünf Leben, Alter Boah, wie Max voll meine Flasche ins Gesicht gekriegt hat, ey Ja, so, Alter Ich habe die richtig Boah Die war riesig auf einmal Und dann einfach nur weißes Licht, ey Die Flasche, ey Das war echt ein verbrenzendes Problem Aber ich war auch, glaube ich Ich war auch ein einfaches Ziel, glaube ich Ich habe mich ja gar nicht bewegt Es war ein einfaches Ziel Und es war so gut So, Baby, Baby Bist du dadurch gestorben, Max? Ja, Instant Mit Full Life Ja, genau ins Gesicht Hadi ist auf, klar Ja, gut Ich meine, ich habe den Höhle mit dem Aspekt genau ins Gesicht getroffen, aber Keine Ahnung, wie viel Damage er machen würde bei Ja, ja Ja, die Scheiße, ne? Haha, richtig Reife La 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 Ja, der hat völlig da, aber Loil Was, dafür Fortschieber Du kleine Bitch Hadi steht, Hadi steht, Hadi steht Nein, die stehen nicht mehr Hadi, 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 Hadi 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 Was ist, was ist so bes直接 Du Ficker Hadi Dann kann man ein Traitor-Menü vielleicht sein Was macht denn der, der Hadi? Er hätte mich fast abgeschossen Ne Das war noch ehrlich íst Jetzt willst du mich aber nicht mit dem Oh Gott! Bist du tot? Nein! Ich lebe! Ich habe aber Schaden bekommen. Das war mal krasses Klang. Ja, da war so ein Vorsprung. Oh, da war so ein Geräusch. Hier ist ein Geräusch. Wow! Hier geht es wieder ab. Das war ich nicht. Was war das? Das war so eine Plasma-Granate, glaube ich. Ja, das war eine Plasma-Granate. Das war eine Granate, glaube ich. Das kann jeder. LOL! Alter, wer ist da drin, der das Ding gelegt hat? Alter! Ja! LOL, ich werde von der Seite gemacht. Ich dachte, du wärst das gewesen. Peter! Alter! Was macht ihr denn da? Ich dachte, ernsthaft, du wärst das gewesen, Sepp. Ohne Scheiß. Du hast mir vorher reingedrückt. Bram? Alter, was geht hier ab? Ist Bram tot? Sepp ist im Traitor-Room gewesen. Er stand gerade rum. Was ist im Traitor-Room? Bram ist gestorben. Bram ist gestorben. Warum bin ich denn jetzt? Weil du da rumstandest. Ich habe das gesehen. Ich werde beschossen! Ja, du hast ja auch Bram gekillt. Nein, man Bram und... Alter, du standst dich schon wieder rum, Sepp. Ich war auch Traitor. Wir waren beides Traitor, Mann. Was ist Bram denn da? Ich bin ausgerutscht. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Und ich habe ihn noch hinterher geschaut. Best Team! Ich dachte, spray ich mal rein. Bram kriegt die Panik und springt vor der Klippe. Du hast keine Nerven für den Job. Ja, sorry. Mach doch irgendeinen Ton. Reusper dich wenigstens. Ja. Brrrr. Reusper dich. Reusper dich. Okay, ich habe einen Shotgun. Ich auch. Ja, Bram, spielen wir das Spielchen wieder? Nee. Nein. Warum nicht? Komm schon. Trau dich. Geh bitte zu trauen. Ey, Türen gehen auch erst. Ach doch. Mit E geht das auch. Ja, ja. Ich war nur für die Zuschauer. Komm, Bram, bespiel das Spielchen. Ja, lol. Und das Fenster? Ja, komm her. Ja, komm her. Okay. Aber nicht im Feuer drin. Komm her, pass auf. Wie geht das Spielchen? Du hast angefangen zu spielen. Alter ist gestorben. Ja, ich hab mal. Jetzt warte doch mal. Alter, jetzt warte doch mal ne halbe Sekunde. Du hast den identifiziert und er ist innocent, man. Ja, genau. Aber wir haben das Spiel gespielt. Wir stehen voreinander und schießen uns direkt. Ab. J-Wut gemacht von einem. Alter Junge. Hat er doch mitgespielt. Wir haben beide einfach aufeinander geschossen. Dreh mal dich direkt ab am Rad. Peter. Peter is it. Boah, Alter, ey. Sepp, Sepp, Sepp. Warum bin ich seit Sepp? Ich schieße Peter. Der hat Jay gemacht. Ja, weil du schießt. Du musst doch nicht immer auf jeden schießen, der irgendwie schießt. Ja, wenn jemand schießt, dann schieß ich! Nein! Ey, man muss dich doch. Du hast das einfach noch nicht so ganz begriffen. Puh. Peter is it. Peter is it. Der Bram ist total verwundet. Ja, ich weiß, dass ich total verwundet bin. Das muss man nicht erzählen. Oh Mann, ey. Ja, das sieht man daran, dass Bram orange ist. So, ich hab Peter gemacht. So, jetzt irgendeiner von euch sagt. Ja, dann ist Bram. Was? Aber, na gut, das würde wahrscheinlich jeder sagen. Hab ich recht? Ja, natürlich würde das jeder sagen. Warum soll ich das sein? Ich hab am Anfang zwar Hardy weggemacht. Ich erleuter das doch nur für die Zuschauer. Hardy hat sich halt vor mich gestellt, weißt du? Und dachte, komm, Dennis, wir spielen das Spiel. Und Jay macht mich direkt weg, ey. Weißt du? Der hat auch direkt Hardy weggemacht, wenn dead gewesen wäre. Dann hätte er zwei innocente gekillt. Jetzt macht er... Pass mal auf, Max. Ja, du musst jetzt echt mal Sepp mit wegmachen. Ich mein, der hat gerade zwei Leute gekillt. Der hat zwei Leute gekillt, oder? Weil ich den Traitor gekillt hab. Weil ich den Traitor gekillt hab. Wer war denn Traitor? Achso, oh, Peter ist schon konfrontiert. Aber, aber... Ja, danke, Dennis. Ja, okay, sorry. Ja, dann, Max, ne? Dann bist es du. Achso, ja dann, ja. Wisst du? Der schwingt dir große Reden, Allah, und dann ist er selber. Wie ist er selber? Selber, Junge. Jetzt gibt's sexuell auf die Fresse. Wo bist du, Junge? Wer ist das? Der war das letzte Mal beim Holzhaus hier. Ram ist hier bei mir. Sepp, bring ihn um, Mann! Das ist... Ich bin da... Wo bist du, Sepp? Der ist im Wald, ist der. Deine Mutter ist im Wald, ey. Was ist das denn hier? Dahinten ist er. Läub! Läub! Ist er runtergefallen? Das ist so verdammt, der Ram. Ey, was war das? Ich bin in den Traitor rum reingegangen. Und dann bin ich aber umgefallen. Das war jetzt unbefriedigend. Wieso ist er gewonnen, ey? Ey! Und ich! Dann ich! Aber Hardy, ich hätte dich auch weggemacht, wenn ich Innocent gemacht hätte. Das ist vollkommen klar! Oh Mann! Juli, vielen Dank für den Zuschauern auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Bis zur nächsten Folge gewonnen hat... Ich! Sepp! Sepp! Boah, ich leg mich am Arsch. Wir löschen die Folge. Wo sieht man das denn? Tab! Ah, okay. Ciao! Wo war ich? Bis damit!